Es sind genau sechs Kipppunkte, mit denen wir das Klima doch noch retten können. So das Ergebnis eines internationalen Forschungsteams. Demnach könnten Maßnahmen aus sechs verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Bildung und Finanzen, die globale Erderwärmung doch noch aufhalten. Doch ist das zu einfach gedacht? Clixoom Nature, hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts, los geht's! Herzlich willkommen! Der Klimawandel ist jetzt auch endlich bei den Entscheiderinnen und Entscheidern im Finanzsystem angekommen. Immer mehr Investoren sehen ein, dass sich ihr Engagement in Sachen fossile Brennstoffe nicht mehr lohnt. Klimafreundlichere Strategien sind jetzt gefragt. Das zeigt auch der Appell der CEOs der US-Investmentfirma BlackRock, Larry Fink. Er hatte vor kurzer Zeit seinen Manager-Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, den Klimaschutz ernst zu nehmen. Demnach soll sein Konzern diesbezüglich Vorreiter werden. Und das soll was heißen als bislang weltgrößter Investor von Kohleprojekten. Und genau dieser Sinneswandel im Finanzsystem könnte entscheidend sein im Kampf gegen den Klimawandel. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine neue Studie veröffentlicht, in der sechs konkrete Maßnahmen gefordert werden, um den Klimawandel noch aufzuhalten. Erstens. Eine Maßnahme kommt genau aus diesem Bereich, den Finanzen. Hier müsste nach Ansicht der Fachleute endlich mal der Anfang gemacht werden und Gelder aus der Branche der fossilen Brennstoffe abgezogen werden. Konkret schreibt das Autorenteam zum Bereich Finanzen. Simulationen zeigen, dass nur 9% der Investoren das System kippen könnten, was andere Investoren dazu veranlasst, dem zu folgen. Das also könnte den Expertinnen und Experten zufolge einer der sechs entscheidenden Wendepunkte sein, die den Klimaschutz enorm nach vorne bringen. Zweitens. Kommen wir direkt zum zweiten Bereich, in dem dringend eine Trendwende erfolgen muss. Die Energieerzeugung muss weg von fossilen Brennstoffen gehen. Das ist ganz und gar nichts Neues. In der Studie wird eine dezentrale Energiegewinnung etwa durch Wind- und Solarkraft gefordert. Zudem müsse die Politik erneuerbare Energien subventionieren. Klimaschädlichen Energieformen dagegen müssten die finanziellen Mittel entzogen werden. Und da sind wir hier in Deutschland ja noch ein wenig von entfernt. Drittens. Und damit zum dritten Bereich. Der Bildung. Denn laut des Autorenteams kann Nachhaltigkeit, Zitat, nicht auferlegt werden. Sie muss gelernt werden. Umweltschutz und Klimaschutz müssten demnach beispielsweise auch in den Schulen gelehrt werden. Denn nur eine qualitativ hochwertige Bildung kann dazu führen, dass Menschen ihre Meinung und ihr Verhalten ändern. Viertens. Doch nicht nur in der Schule sollten laut der Studie mehr Informationen zum Thema Klimawandel und Umwelt an die Frau und den Mann gebracht werden. Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen in ihrem Alltag informiert werden. Denkbar seien beispielsweise Angaben zum Ausstoß von Treibhausgasen auf den Verpackungen von Produkten. Ähnlich wie die Angaben zu den Nährwerten. Nur so kann laut des internationalen Autorenteams ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Dazu Johann Rockström, der in der Studie beteiligt war. Es sollte den Menschen einfach gemacht werden, einen klimaneutralen Lebensstil zu führen. Fünftens. Dadurch kann es sich dann entwickeln, dass sich gesellschaftliche Werte und Normen in den Köpfen der Menschen ändern. Auch das könnte dabei helfen, die globale Erwärmung aufzuhalten. Die Gewinnung und Nutzung fossiler Brennstoffe hat schlimme und unnötige Folgen. Und so müsse das als unmoralisch abgestempelt werden. Dazu schreibt das Autorenteam, das Bewusstsein für die globale Erwärmung ist hoch, aber die gesellschaftlichen Normen zur grundlegenden Veränderung des Verhaltens sind es nicht. Langfristig gesehen sei ein, Zitat, neues soziales Gleichgewicht erforderlich, in dem der Klimaschutz als soziale Norm anerkannt wird. Tja, da kann man nur sagen, wir müssen einfach mal neu definieren, was Wohlstand ist. Und es ist vielleicht nicht, mit dem eigenen Auto nach JWD zu fahren. Sechstens. Aber auch ein Trend hin zu klimafreundlichem Bauen könnte dazu beitragen, eine Klimakatastrophe noch abzuwenden. Ganze 20 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes ist auf die indirekten und direkten Emissionen von Gebäuden zurückzuführen. Tausende Tonnen CO2 aber könnten vermieden werden, wenn ein größeres Gebäude zu 80 Prozent aus laminiertem Holz errichtet würde. Auch die öffentliche Infrastruktur könnte so einiges an Emissionen einsparen. Zusammengefasst fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem auch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung , also sechs politische und wirtschaftliche Maßnahmen. Diese Trendwenden können ihrer Ansicht nach dazu führen, dass wir bis zum Jahr 2050 den gesamten globalen Treibhausgasausstoß auf Null reduzieren können. Auch andere Expertinnen und Experten, die nicht an dieser Studie beteiligt waren, bezeichneten solche sogenannten Social Tipping Interventions prinzipiell als sinnvoll. Einige gut platzierte Maßnahmen könnten langfristig große Erfolge erzielen. Zitat, wie ein einzelner Skifahrer eine gewaltige Lawine auslösen kann. So Andreas Ernst von der Universität Kassel. Doch manche Fachleute sind auch skeptisch und bezweifeln, dass einige wenige soziale Kippelemente den Kampf gegen den Klimawandel entscheiden könnten. Auch die Methodik des internationalen Forschungsteams wird kritisch beäugt. Die Daten wurden durch eine Online-Expertenumfrage erhoben, die an tausend internationale Expertinnen und Experten im Bereich Klimawandel und Nachhaltigkeit gesendet wurde. Doch nur 133 der kontaktierten Personen machten mit. Ein eher kleiner Rücklauf. Zudem handelte es sich bei dem größten Teil um Antworten aus Europa, die zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen vorgeschlagen hatten. Heißt also im Klartext, die in der aktuellen Studie präsentierten Maßnahmen wurden von nur wenigen Personen genannt und empfohlen. Auch wenn diese Kritik der Studie etwas Wind aus den Segeln nimmt, enthält sie doch gute Ansätze. Und selbst die kleinsten Schritte, die uns im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen, sind wichtig und lohnenswert. Klimawandel bedroht Küstengebiete. Kampf oder Rückzug? Anklicken, anschauen und abonnieren. Und zwar Clixoom Nature ist übrigens auch gut fürs Karma. Bis dann, bleibt dran! Aber wenn man das denn sieht, dass das mal so ein bisschen gefährlich selber auf Ja, wenn ihr da macht. Und das noch eine gute Frage kann es sein.